Das ist der Fall, es müssen sich an einem Rennen vor das letzte Mal verletzt werden. Sehr gut. ... der Zeitpunkt nicht verliehen, weil er da mit etwa 4-5 Minuten Verspätung ankommt. Das ist ein Wahnsinn. Vielen Dank. Das ist ein Doppelpacksee, Antillac-Trassé, der Stichwort, das ist der 2. Drehort. Bei Lipp & Co. sieht das ähnlich aus, da aber die Stadt von 11 bis 12. Doppelpackt jetzt wieder. Ach, wenn du sagst, das ist ein Blutwerk. Das war eine ganz eigene Kiste da, in der Anfahrtsamotor, ein Schikane. Wo ist der denn hin? Die Stichwort, das wird auch wieder verschwunden. Wirjal Dank an!